Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Tina und der Sonja auf der mittleren Map unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr spannende Runde. Und was passiert, wenn man zu lange an einem Platz stehen bleibt und man denkt, man ist sicher, werdet ihr gleich sehen. Die Runde ist leider aus dem Stream aufgenommen. Ich habe vergessen, Aufnahme zu drücken, deswegen habe ich mir es nochmal aus dem Stream gezogen. Das heißt, die Qualität ist nicht so 100% gut wie sonst immer, aber ich denke doch ansehnlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euch über einen Kommentar von Algorithmus vorhin. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Okay. Ja, Jana hat heute Angst vor mir. Die ist aber auch echt böse heute. Ehrlich? Ehrlich, also du hast das Gefühl, wenn du irgendwas sagst, kriegst du eine ins Gesicht. Jetzt hör mal auf, du. Ja, aber man muss sich ja mal fragen, woran hat das die Lege, ne? Machst du sie vielleicht böse? Nein. Hm. Bist du dir da sicher? Wollen wir mal was ganz Verrücktes machen? Was denn? Wir gehen direkt zu C und A. Ich habe keinen Bock dahin. Oder wollen wir Goddard gehen? Komm, wir gehen Goddard. Wo ist ein Goddard? Ach, da oben. Verrückte Sache. Ich dachte, ich muss kurz überlegen. Da rechnet doch nie einer mit. Nee, da ist sowas. Ist ja total verrückt. Ja. Am Ende ist es, Goddard, dann lache ich mich kaputt. Könnte sein. Ausgang hier. Oh, das ist ja immer auf die Männer. Das ist nämlich auch eine Frau. Der hat nämlich nichts zwischen den Beinen hängen. Also ich bin unsichtbar. Ich nicht. 0 von 4. Okay. 4 von 4. Heilige Makrele, es wird Goddard. Aha. Wollen wir vorgehen? Ja. Das ist ja unfassbar. Tina, kannst du mir die Lottozahlen für Samstag bitte nachher mal schreiben? Ja, es ist ja noch nicht klar, ob es Goddard ist. Aber wenn, dann mache ich das gerne, ja. Okay. Gut, gemeiner Rat unter Männern. Geh einfach raus. Hahaha. 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 Wer auch immer meinen Dünner gefangen hat, erstmal GG, ähm, ich glaube, das war Axel, oder? Ja. Der ist jetzt nicht mehr dabei. Der war so traurig, dass er sich gesagt hat, ähm, ich muss aufhören. Hahaha. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr echt gut gemacht. Hier sind welche? Oben Truppe? Ne, ich höre Matsch. Oh, da, draußen. War der ganz hinten an der Ecke? Ja, ganz hinten. Huh? Wo das denn? Oben. Er hat hilft. Er ist runter. Äh, keine Ahnung, Leute. Ich hab eins. Zwei. Draußen, oder was? Ja, er ist immer noch hier draußen. Okay, das ist nicht wirklich. Der ist weg. Nice. Hier war einer. Der stand wieder. Oben drauf. Oh. Oben ist einer drauf. Ja, ja. Nachlass. Juna, ein Sweeper. Hat er den wieder gehoben? Ne. Scheint wohl. Aber noch oben drauf. China, über uns kann einer sein. Ich glaube, der hat einen gehoben hier oben. Kann sein, ja. Ähm, ganz hinten. Da jetzt. War das deine, Nate? Ja. Ne, hier liegt keiner. Wir haben den hier. Warte mal. Wir haben den auch gelegt. Wo ist der denn? Schnell jetzt gar nichts mehr. Warte mal. Ist er noch einer? Da hinten. Aufpingen. Hinten. Das. Der ist runter, glaube ich. Links runter. Ah ja, der wird außen sein. Ist er. Hier an der Ecke. Bei euch. Ja, Mann. Oh nein, Tina. Ach du, heilige Makrele. Alter, Kackpock. Einen habe ich. Oh, Tina, es tut mir so leid. Ja, löscht mich. Ich mach. Erst raus. Erst raus. Oh Gott. Ich habe meine, meine Wurfkünste unterschätzt. Wir müssen trade. Packesel, wenn ihr wollt. Oh, hier Heilung. Ähm, haben wir alle Geier? Ja. Ja. Okay. Hier ist er. Den anderen habe ich in Stacheldraht eingepackt. Es ist Sweetbell. Das trifft sich ja gut. Boah, wie soll ich denn an dich reinkommen, mein Freund? Der hat eine Uppercut, wenn du willst, Tina. Oder ist Sonja? Ich habe eine, danke. Ich möchte nicht, weil die Winnie ist ganz gut momentan. Obwohl, ah doch, ich muss sie mitnehmen. Und wo ist der dritte? Ja, laufe ich gerade hin. Wenn ihr Heilung seht, sagt mal Bescheid, bitte. Ich glaube, ich heile mich so. Ich habe ein bisschen Angst. Ich heile mich. Ja, die Runde ging komplett an mir vorbei. Also, das gerade. Ist ja für dich auch die erste. Ja. Ja. Ich habe nur überall von, von irgendwo Gift. Piu, piu, piu. Ja, tot war ich. Hörig. Oh, das war auf mich. Oh, ich glaube, die haben Pumpen. Weil der hat mit der Pistole geschossen. Ja, die, äh, Limmat. In diesem Fenster. Ah, mag. Ich fing an so'n scheiß Ass fest. Hier ist, ach so, geheilt hast du dich ja. Nee, ich brauche wieder. Okay. Ja, jetzt ist es natürlich richtig. Jo. Mit welcher Waffe denn? Mit der Winnie. Sniper. Nee. Äh, Winnie. Habe ich Winnie gesagt? No, sie. Sorry. Der war oben in der Tür drin. Ich versuch's. Hm? Guck mal noch in die an. Mhm. Aua, 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 aua. Danke. Hier ist Heilo. Reuni. Ich habe nur noch 75 Leben. Wie soll ich Ihnen das jetzt machen? Jetzt ärgere ich mich, dass die Winnie da drüben liegen lassen. Ja. Ja, aber Kack kannst du genauso gut schießen. Ja. Ich versuch mal zu Sonja irgendwie zu kommen. Danke. Ich häng fest. Das war nur nicht wie, aber... Schade, ich dachte, hier oben liegt eine Sniper drin. Und da, ne? Keine Ahnung. Also so wie Sonja liegt, wurde sie schon da erschossen. Von den weißen Häusern hier. Nee, war eigentlich von dem aus dem Fenster. Ehrlich? Ja. Ja, nix ist aber komisch dafür. Ich weiß. Hast du nekro? Dann mach lieber nekro. Aber da ist... Kann er nicht so gut gucken. Ich mach dazu. Hier ist ein Beetle. Hier war ein Beetle. Bup. 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 Da ist einer. Da in dem Gebäude. Man müsste so ein Bildschirm-Zoom haben, dass wir mal aufs Knöpfchen drücken. Oh, da lief einer. Pass auf, Tina. Ja, hinter diesem Hügel. Mach ping weg. Der Sack schießt ihr her. Ja, da ist er. Ich hab ihn doch gehört, Mann. Das kommt alles nicht an, rechtzeitig. Nach hinten gelaufen. Ach, lass mich aber liegen. Axel, möchtest du wieder spielen? Nein. Du bleibst hier. Wie lieb und freundlich sie das zu dir gesagt hat, gerade. Ja. Sie ist ja auch lieb und freundlich. Wenn ich das gesagt hätte, hätte sie gesagt, ja bitte scher dich zum Teufel. Mann. Diese dumme Lampe. Mann. Lampe. Mann. Komm noch mal raus da jetzt. Soll ich Necron? Lebt noch der Kacki. Tina? Was? Soll ich Necron? Ja, versuch ruhig. Macht nix. Habe ich überhaupt Necron? Ja. Gehen wir nochmal Einbusch vor. Ich hab nicht gedacht, dass er mich da sieht, aber er hat geahnt, wo ich stehe und ich hab durch die Wand einen Headshot bekommen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich hab ein Problem. Hast du gerade eine Tortellini im Hals stecken geblieben? Nee. Oh ja, scheiße. Die hab ich schon lange auch. Scheiße, ich sollte mich heilen. Ich komm runter jetzt. Ich lass das Hive Class liegen. Haben die Stress? Ja, aber Bounty jetzt ist raus. Ja, ja. Im Maisfeld hab ich wen gesehen. Ach, Mais. In dem Kornfeld hab ich wen gesehen. Mhm. Hinten am Turm. Zu weit weg. Da war einer nach links gelaufen. Die kommen hierher. Hat Hit. Oh mein, ich muss los. Stehen die da noch? Ja, einer. Ja, White Shirt hat Hit und der Dunkle hat Hit. Also, das White Shirt ist zum Turm gelaufen. Mhm. Nein. Wir abhauen, mal gucken. Wir sind hinten in Richtung Baden. Ja. Turm. White Shirt am Turm. Ja, hab ich gesehen. Kurz. Links vom Turm. Oh, Headshot. Glaube tot. Der ist definitiv tot, ja. Ja. Bin gehört. Mama! Ja, lass doch zusammen los, Laura. Ja, ja, aber der war tot. Ja, ja. Ich hab mich erschrocken. Wir müssen da hin, bevor den auf... Der hat den schon aufgummi sehen. Ist nach rechts gelaufen, Richtung Turm. Wieder tot? Schön. Hinterm Turm? Ach, der aufzählt. Ich muss mich heilen. Nein! Aim Punch! Habt euch ne Bautee? Ja. Ja. Da hinten. Hm. Ich geh mal eben Tina holen, ja? Ja, ja, mach mal. Gucken Sie nochmal da, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Ja. So, dann kann ich ja jetzt noch fünfmal sterben. Das ist sehr schön. Das zählt ja dann noch nicht mehr. Nee, deswegen ja. Hast ja eine Bounty. Der läuft weg? Ja, da hinten. Mal. Gut er das. Weil er ein Arschloch ist. Hier sind es ja zwei von der Sorte. Zwei Froschens. Nein, er ist kein Arschloch. Das habe ich nicht gesehen. Er ist ein lieber Mann. Total lieb. Ja. Der kommt hier gleich irgendwo. Der läuft einmal rum. Ja. Ist die Frage. Weil wenn ich die jetzt verbrenne, die zwei Kakis, dann kommt er glaube ich gar nicht mehr ran. Weißt du? Dann ist die Bounty weg. Vielleicht sollten wir den nicht verbrennen. Ja, den vorne am Kompound. Ich hole trotzdem mal Feuer. Jetzt ist er wieder ein Stück zurückgegangen. Ich hole kein Feuer. Da am kleinen Häuschen ist er. Mh. Ja, ich brauche mich da gar nicht blicken lassen. Hat Hit. Da müssen wir eigentlich ran. Hm. Ich bin halt... Ich weiß nicht, was er für eine Waffe hat. Ich glaube, die muss... Ja, wir sind alle One-Shot. Da klingelt das Pferd. Ja. Sag mal, das ist schon ein Stück runter, aber... Da hinten am Turm. Hm. Hinterm Turm. Gutes Stück. Ja. Ich habe nur noch eine Sekunde. Egal, wir haben die Blitze über ihm. Da zum Wagen, zum Wagen, zum Wagen. Der läuft einmal im Kreis nach hinten. Am Wagen. Oh, ich habe voll... Ja. Äh, was ist denn da los? Ich gebe meine Schüsse nicht rein. Hat Hit, hat Hit, hat Hit. Nein. Hat noch einen Hit. Du hast ihn. Habe ich. Ich schau. Ja. Okay. Puh, nice. Nicht so neu. Also... Mann. Was? Oh. Sorry. Alles gut. War es zu langsam. Winnie oder nicht? Oh nein, ich habe vergessen aufzunehmen. Wo ist denn Tante Julia, wenn man sie braucht? Oder Fummel, Buddy? Die fährt Auto, du Vogel. Danke, Papagei, aber es ist zu spät. Tante Julia hat ihren Job nicht richtig gemacht. Du musst arbeiten. Ach Mann. Wir brauchen einen anderen Bananenbeauftragten. Mach was. Darf ich weinen? Entschuldigen Sie. Ich... Ähm... Ich geb dir den schönen Headshot von mir ab, okay? Nicht? Du mich auch, schreib dann die mir. Wo ist Anne? Weiß ich nicht. Dafür hattest du tote Linies. Ja, mir ist eben im Schnitt was aufgefallen. Ich habe Sonja einen Kill unterschlagen. Und zwar habe ich den nicht eingebaut. Deswegen seht ihr den jetzt noch. Die haben den hier. Warte mal. Die haben den Auge, ne, Grot? So, habt ihr gesehen. Damit alles gerecht hier läuft. Ja, schade für Tina. Das war nicht ihre Runde. Aber es war doch an und für sich eine ganz geile Teamrunde. Und ich habe mich erst ein bisschen geärgert, dass ich die Winnie weggelegt habe. Aber dann war ich doch ganz glücklich, weil ich mit der Uppercut zwei Mann ganz geil geholt habe. Ja, ein bisschen blöd, dass ich vergessen habe, Aufnahme zurück. Normalerweise ist es so, dass die liebe Tante Yuya und der liebe Fummel-Buddy meistens, ich habe so ein Emote, das ist so eine Banane. Und da steht unten drunter Record. Und dann posten die diesen Emote und dann weiß ich, oh, ich muss Aufnahme drücken. Und da hat keiner den Emote gemacht und deswegen habe ich Aufnahme vergessen zu drücken. Deswegen die, naja, Qualität. Aber ich denke, es war doch, naja, war es schlimm. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es schlimm war, weil dann lasse ich das in Zukunft. Dann ziehe ich mir nichts mehr aus dem Stream raus. Auch wenn es geile Runden sind. Das ist gelogen. Wenn es richtig geile Runden sind, muss ich die aus dem Stream ziehen. Das tut mir jetzt schon leid. Aber ihr könnt trotzdem mal drunter schreiben. Ist natürlich ja auch gut für den Algorithmus. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Haben die zwei Mädels sensationell gemacht. Tina hat den Boden ganz oft geküsst, was echt scheiße war. Aber wir reden nicht drüber. Ich bin heute ab 14 Uhr wieder online. Wenn ihr Bock habt, auf Twitch könnt ihr mich live sehen. 1049.de wie hier auf YouTube. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ansonsten denkt an mein TeamSpeak. Das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben wir dir nämlich extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt ihr auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber TeamSpeak-Marmel, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht. Seid da an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß. Nur natürliche Inhaltsstoffe. Guckt es euch mal an. Ich bin super begeistert. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch. Oder morgen 9.30 Uhr nächstes YouTube-Video. Haut rein. Tschüss.